Okay Leute, heute möchte ich euch gerne wieder 2 0 Bugs auf Griefer Games vorstellen, die ihr auch benutzen könnt, sag ich mal, oder die jetzt einfach 2 0, einfach 2 Bugs, Leute, auf Griefer Games. So, der erste will einmal, wenn ihr Breakfast an ist, ja Leute, könnt ihr ein paar Blöcke hier abbauen, habe ich eben auch schon hier vorne gemacht, aber das Problem, was jetzt hier ist, man kann mit der Hand nicht abbauen, man kann da nur ein paar Blöcke abbauen, aber wenn man jetzt so eine Schaufel oder sowas nimmt, geht das, aber das wird dadurch verhindert, weil dieser Breakbooster nur für Werkzeuge geeignet ist, Leute, deswegen, so, ähm, gibt es irgendein GS, wo alle gedannet sind, Leute, brauchen wir jetzt mal eben schnell an, ähm, naja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr zu einem GS gehen wollt, wo ihr gerne seid, machen wir einfach Slash Warp, Warp Farmer Welt, so, mach ich mal eben schnell, Warp Farmer Welt, ich habe jetzt, ich kenne zwar kein GS, wo ich eben schnell gedannet bin, aber mit Sicherheit funktioniert das, ihr kommt zwar nicht auf das GS, aber ihr kommt davor, Leute, wenn man nämlich, wenn alle gedannet sind oder du selber gedannet bist, ja, kann man ja normalerweise auch nicht davor, vor das GS, ja, so, dann macht ihr jetzt einfach zu dem paar, was wir haben, wir jetzt keine Ahnung, ähm, T, zum Beispiel, dahin, wollt ihr jetzt so, und dann seid ihr direkt hier, aber normalerweise müsstet ihr dann hier vorne spawnen, die anziehen auch hier, Leute, wenn ihr von diesem GS gedannet sein solltet, so, das waren auch schon die zwei Bugs für heute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen, und die Glocke aktivieren, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao, Aboi.